Hier die fleißige Biene und hier der bunte Hund. Ja, hallo. Hallo, hallo. Du kannst hören und sehen. Ja, du musst wahrscheinlich wieder da reinsprechen. Ja, ich muss wieder ein bisschen lauter sprechen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einem weiteren Webinar aus der Reihe Kuriose Dinge der deutschen Sprache. Ja, und zwar haben wir... So kuriose deutsche Sprache vielleicht besser, ne? Ja, ja, Kuriositäten. Das Kuriositäten-Kabinett der deutschen Sprache hat eröffnet. Und zwar wollen wir heute euch etwas erzählen über schwarzsehende Naschkatzen. Und Alpha-Kevins und... Hallo, Gurke. Was ist das überhaupt? Kennt ihr diese Wörter oder Sachen oder was ist das? Gleich die erste Frage an euch. Schwarzsehn, Naschkatze, Alpha-Kevins, Alu-Gurke. What the... Ey, noch nicht. Noch nicht. Was bedeutet das eigentlich? Habt ihr irgendeinen dieser Wörter schon einmal gehört? Ey, zuerst müssen wir allen Hallo sagen. Ja, hallo, Idiot und Fahrrad. Also, hallo, Idiot und Fahrrad. Entschuldigung. Das ist nett, danke. Ja. Also, wer ist Idiot, wer ist Fahrrad? Sollte dich gerade jetzt sein. Okay. Ja, Entschuldigung. Aufgrund des einfachen Bildes, wenn ich den Idioten auf meine Kappe. Ja, da bin ich gespannt, was du für ein Fahrrad bist. Ein tolles Fahrrad. Ja, aber... Ein Fahrrad. Also, wir haben jetzt hier schon ein bisschen was gehört. Alpha-Kevins. Ja, was ist das? Das war... Idiot. Idiot, ja. Wie, hä? Und Alu-Gurke... Fahrrad? Und ein Rammrad. Naschkatze? Wisst ihr, was Naschkatze bedeutet? Und schwarzsehende Naschkatze. Ja, das freut uns natürlich auch, Agnieszka. Wir freuen uns auch auf dich. Jemand, der Süßes mag. Ja, perfekt. Ja. Also, Naschkatze, jemand, der Süßes mag und schwarzsehende. Ich heule den ganzen Tag. Pessimist. Ich ohne Brille auch, ja. Also, pessimistisch. Ja. So, und jetzt... Ist das ja schön. Können wir jetzt auch sagen, okay, gut, ihr habt alles gelöst. Super habt ihr das gemacht. Aber wir wollen heute mit euch erarbeiten oder euch vorstellen, warum ihr, wir das im Unterricht nutzen sollten und wie wir das nutzen können, welchen Gewinn wir aus Metaphern und Bildhaften im Deutschunterricht denn ziehen können. Pessimistische Naschkatze, die weiß, dass sie nichts zum Naschen bekommt. Ja, genau. Oder sagt, ich esse ja gerne und werde sowieso noch fett. Und noch radfert. Genau. Also, weg von den... Ja, weiter. Gehen wir weiter. Gehen wir hier vielleicht noch einmal, weil wir viel über Bilder sprechen. Ja, die schöne Lösung dann. Haben wir alles hier, ne? Ja, die sind Naschkatze und die zwei... Alpha Kevin, Alpha Kevin, den Pessimisten und die Alugurke. Ja, die kommt noch. Die Alugurke kommt noch. Und das ist jetzt keine Sexualmetapher. Ja? Also, keine Angst. Bist du jetzt draufgekommen? Na, Gurke. Also, meine Lieben, darum soll es gehen. Kontenance. Gut, was haben wir heute noch vor? Das war die erste Aufgabe. Es geht jetzt weiter los. Und zwar, wir sprechen zuerst, was diese Sprachbilder eigentlich sind. Und dann, es gibt viele Möglichkeiten, diese Bilder im Unterricht da einzusetzen. Beziehungsweise zuerst einmal, was gibt es denn überhaupt für Bilder? Also, wir wollen euch nicht alles vorstellen. Es ist kein... Die Auswahl ist groß. Die Auswahl ist groß und die Unterschiede sind wirklich sehr fein. Dass Sprachbilder oder Sprachbilder... Interessante Frage zur Rechtschreibung. Beides ist möglich. Ich wähle die... Ich habe jetzt hier die erste gewählt, also Sprach minus Bilder, um klar zu machen, dass es sowohl Sprache als auch Bild ist. Beide Schreibweisen sind aber möglich. Also, da ist der Duden relativ offen. Auf alle Fälle wollen wir euch ein paar, eine kleine Auswahl geben. Und gar nicht so sehr linguistisch fundiert. Also, Metonymie, Synekduche, Vergleich... Doch, du wirst jetzt viele Begriffe benutzen. Sondern eher so intelligent. Ich werde, um auch wieder ein Bild zu benutzen, klugscheißen. Ja. Das wollte ich nicht sagen, aber stimmt. Ich bin der Idiot, ich darf das. Ich habe Narrenfreiheit. Warenfreiheit. Dann aber die Frage, natürlich, wann weiß man, was es gibt? Was es überhaupt ist und was wir da haben, dann... Also, uns natürlich wichtig, wie können wir das konkret nutzen? Und dann erstmal im Allgemeinen eine didaktische Überlegung und dann... Konkrete Beispiele, was wir da für euch gefunden haben. Ja, richtig. Besser, besser. Goscha ist natürlich... Danke, Goscha. Goscha sagt es sauber, ja. Doch, ihr kennt es ja. Der Robote zuerst für euch. Ihr seht jetzt einen Text. Was für ein Tag. Und in diesem Text bitte ich euch mal, oder bitten wir euch, mal durchzuzählen, wie viele Sprachbilder ihr in diesem Text findet. Ich kann euch nur sagen, mehr als zehn. Das errat doch nicht, Adi. Ach komm, du bist der Böse heute. Ja, ich bin so aalglatt, um ein weiteres Bild zu ändern. Also, ihr könnt das mal durchzählen. Wie viele Bilder ihr findet. Es sind unterschiedliche Bilder, über die ließe sich dann auch streiten, aber... Ich bin gespannt, auf welche Zahl ihr kommt. Zwölf. Zwölf. Ein erster Vorschlag. Zwölf. Nicht schlecht. Wer bietet mehr als zwölf? Zwölf zum Ersten. Zwölf zum Zweiten. Elf. Mehr. Mehr. Wir wollen mehr als zwölf, oder? Ich weiß nicht, ob da mehr drin sind. Vierzehn sogar. Oh, zweimal vierzehn. Mhm. Warten wir noch ein Sekündchen. Vierzehn. Es wird immer mehr. Oh. Achtzehn. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht die Wörter gezählt, wie viele Wörter hier, Jim, sind. Weniger als achte zehn. Schauen wir mal. Okay. Noch. Wo ist die Uhr? Ja, da. Okay. Schauen wir mal. Noch 15 Sekunden. Ja. Was ist denn die Zeit hier drunter? Zehn. Neun. Acht. Und das sind nicht die Matapher. Fünf. Vier. Zwei. Und. Super. Wir wollen jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, um ein Bild zu benutzen, und zeigen euch mal die. Also, was für ein Tag. Ich komme spät aus den Federn. Erstes Bild. Mach mich schnell fertig, und dann schlägt mir schon die Kälte und der Regen ins Gesicht, ins Gesicht schlagen. Also kein Drahtesel, um zur Schule zu kommen. Ich muss also blitzschnell die Bahn erreichen, um nicht wieder zu spät zu kommen. Und natürlich fahre ich schwarz, und so ein Otto kontrolliert mich. Da wäre ich schon fast durch die Decke gegangen. Aber das ist noch nicht Ende Gelände. Ich steige aus und sehe die süße Maus und nehme an und dolle voll mit der Birne gegen einen Pfosten. Ach, wie peinlich. Ich bin sofort rot geworden. Hoffentlich hat sie das nicht gesehen. Aber ist echt so. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß. Ja? Also gezählt haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Ja. Tada. Alle, die vierzehn gesagt haben, sehr gut. Man könnte sich auch noch darüber sprechen, darüber unterhalten, ob es andere Bilder gibt. Was könnte man gewinnen? Wenn man schon einen Wettbewerb macht, dann muss man was gewinnen. Ah, ein Wettbewerb. Gut, dass du das sagst. Ja. Ah. Willst du sagen? Ja, ich sag's. Okay. Bevor wir gleich weitermachen, ein kleines Timeout, kleines Intermezzo, meine Lieben. Wir haben für euch eine, neudeutsch sagt man, Challenge vorbereitet. Challenge mit einer Überraschung, würde ich sagen. Genau, sehen wir uns, sehen wir uns ja in diesem Schuljahr noch im März, im April und im Mai. Im Mai ist ja unser letztes Webinar für dieses Schuljahr und das ist das große Wunschkonzert. Wir sammeln eure Fragen und versuchen dann daraus, ein Webinar mit euren Wünschen, auch live geäußert, dann zu konzipieren. Also, ein Experiment. Ihr solltet euch langsam schon überlegen, was ihr uns fragen wollt, ja? Nicht dann das alles in allerletzenden... Und wir wollen natürlich möglichst viele Leute damit auch erreichen und darum haben wir uns etwas überlegt. Wir kommen besonders gekleidet, besonders gut gekleidet in das letzte Webinar, wenn wir es schaffen, dass sich 750 Leute anmelden für dieses Webinar im Mai. Natürlich dürft ihr davor auch teilnehmen, es ist immer Warto, Warto, Warto. Nicht bis zum Mai warten. Nicht bis zum Mai warten, aber wenn ihr es schafft, 750 Leute zusammen zu bekommen... Aber wie viel ist denn heute? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, Mai-Challenge. Es gibt noch Potenzial. Also, bis Mai bitte zusammenreißen und dann... Also, die Damen und Herren, die richtig getippt haben, das ist dann auch euer Preis. 14 Bilder... Bis Mai warten. Bis Mai warten. Das ist manchmal so. Langer Atem, wie wir das mit einem Sprachbild nennen. Okay, also, zurück hierzu. Wir haben eine Menge an Bildern und über diese Bilder wollen wir... heute ein bisschen mit euch sprechen. Aber zuerst, was ist das überhaupt, diese Metapher? Also, Metapher ist so etwas, was wir... Ein Wort, eine Wortgruppe, was einen anderen... eine andere Bedeutung hat, als das, was wir da gerade gelesen haben, wortwörtlich gelesen haben. Und hier, deswegen sind die Bilder so wichtig, weil die zeigen manchmal die andere Bedeutung. Die Bedeutung, die hier ein bisschen versteckt ist. Und, ja... Man kann sich so vorstellen, man hat eine Domäne, also zum Beispiel, ich mache mal ein schönes Beispiel, die Insel. Mit der Insel habe ich eine konkrete Insel. Insel ist ein Festland von Wasser umgeben. Im Deutschen sagen wir aber auch, ein Festland, auf dem man stehen kann, umgeben von Verkehr, ist eine Verkehrsinsel. Also, ich übertrage etwas, was es konkret in der Natur gibt, auf etwas, was künstlich geschaffen wird, auf eine andere Domäne. Und ich übertrage Merkmale. Und bei einer, das suchen Literaten, natürlich Literatinnen, hundertprozentigen Metapher würden diese beiden Domänen miteinander verschmelzen. Das kommt aber relativ selten vor. Normalerweise gibt es in solchen Metaphern immer einen blinden Punkt. Und was ist das hier? Ja, auf der linken Seite. Was ist denn das auf der linken Seite? Das ist ja einfach. Oder? Wisst ihr, wisst ihr, was das ist? Eine süße, gelbe... Ein süßes Lachen, natürlich. Naja, aber Birne. Eine Birne. Aber was ist das noch? Birne als Kopfwert, das geschrieben wird. Schon wieder eine Goscha. Wir haben ja heute besonders fleißige Goschas dabei. Ein Gesicht, ja. Ein Gesicht. Birne ist klassischerweise im Deutschen, die Birne zum Essen, also Gruschka, ist klassischerweise ein Ausgangspunkt für über die Form die Übertragung auf Kopf. Oder über die Form, Übertragung auf eine andere Birne? Glühbirne. Die Glühbirne. Ja. Und so überträgt man metaphorisch die Form auf eine andere und kann sie damit bezeichnen. Und so kann man sich auch die Bedeutung besser merken, ja? Agnieszka sagt auch noch der Po. Po. Also eigentlich die Figur, würde ich sagen, ja? Ja, es ist eine runde Poologie, ja? Es gibt da Äpfel und Birnen. Aber man soll Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Nie. Ja, also das dazu. Ja, auch der Körper, ja. Aber wir wollen hier kein Body-Shaming machen oder Ähnliches, ja? Das ist für euch. Ja. Interessant ist, es gibt in diesem Bereich der Metaphern auch noch eine ganz bestimmte Gruppe, die zwei ganz bekannte amerikanische Linguisten hervorgehoben haben, nämlich sogenannte Konzeptmetaphern. Das ist interessant, das ist für euch auch vielleicht wortschatzmäßig interessant, weil ja nicht jeder von uns ein Experte in Fachsprachen ist. Das ist das, was ihr unten rechts seht. Geld wird im Deutschen, aber auch im Englischen und auch im Polnischen als Flüssigkeit wahrgenommen. Das heißt, man überträgt die Domäne Wasser plus auf die Domäne Finanzen. Denn das ist etwas Abstraktes, etwas, was der Mensch geschaffen hat. In Polnischen ist es genauso. Ja, man kann sagen, eine Geldquelle. Geld sprudelt. Wenn man Diktatur liest, Geld fließt. Der Geldfluss, der Finanzfluss. Wenn man kein Geld hat, dann hat man Ebbe in der Kasse. Oder man ist liquide, flüssig. Also man hat Dujo, Heiso, wie ich gelernt habe. Es kann Geld regnen. Man kann aber auch ein Konto einfrieren, was total, auch für eure Lerner und Lernerinnen natürlich erstmal sehr seltsam ist. Ja, aber auch mit Wasser verbunden. Klar, alles Geld ist, Geld ist flüssig. Zum Beispiel gibt es da andere Konzeptmetaphern, die in Leikhoff nennt das Argument is War. Also Diskussionen sind Krieg. Man verteidigt eine Position. Ja, wie im Krieg. Wie im Krieg. Und diese Metaphern, diese idiomatischen Redewendungen, so wird das häufig genannt, aber ich glaube, es ist gut zu verstehen, dass es eine Metapher ist. Ein Bild, das übertragen wird. Weil das auch ermöglicht, dass man zum Beispiel, das steht nicht, soweit ich weiß, nicht im Juden. Köln stinkt nicht. Wasser auch nicht. Außer es steht lange. Es ist eingeflogen. Aber ihr könnt zum Beispiel dadurch sagen, ein Deutscher würde das verstehen bei dem Geldfluss, hey, ich habe das Konto wieder aufgetaut. Das findet man nicht im Wörterbuch. Aber weil es ein Bild ist, wird es sofort verstanden. Ja, man sieht das sofort. Man hat dieses Bild ja im Kopf, was da mit dem Konto passiert und was auch mit Wasser passiert. Genau, also das sind eben zum Beispiel jetzt Metaphern. Um auf unser Beispiel, auf unseren Beispieltext zu kommen. Also eine Metapher, eine klassische Metapher, da ist zum Beispiel der Drahtesel. Man verbindet eine Form, die Geschwindigkeit des Esels mit dem Fahrrad und dem Draht. Das ist zum Beispiel da eine Metapher. Wieder vier Begriffe, die ziemlich kompliziert auf den ersten Blick aussehen, aber sind gar nicht so. Warum nutzt man überhaupt Bilder? Ich meine, jetzt logisch gesehen würde man sich sagen, ja so ein Mist, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, Bilder zu benutzen, die unklar sind. Woher weiß ich denn, was welche Domäne ist, ja? Ja, aber das hat auch sehr viel Bedeutung für den Unterricht und für die Lerner, die die Sprache lernen. Definitiv, definitiv. Und zwar eine wichtige Sache. Bilder werden, also Metaphern werden doppelt kodiert. Was bedeutet das? Linkshemisphärisch haben wir unser Sprachzentrum, Broca-Wernicke, unsere Zentren. Rechtshemisphärisch liegt die Bildverarbeitung. Und eine Metapher, also zum Beispiel Naschkatze, wird sprachlich und bildlich verarbeitet, also doppelt gespeichert. Doppelte Speicherung heißt weniger vergessen. Ja, zweimal so viel, ja? Als einmal. Also zwei ist immer besser als eins. So ist es. So ist es. Der nächste Punkt. Synesthesie. Oh yes, Synesthesie. Keine Ahnung, du bist heute der Besser-Besser, oder? Klugscheißer. Ach, naja. Der Klugscheißer spricht, ja, meine Damen und meine Herren. Synesthesie bedeutet, dass mehrere Sinneserscheinungen miteinander verbunden werden. Zum Beispiel, in dem Beispiel, das wir hier hatten, Schwarzfaden. Rot werden. Rot werden, also eine Farbe mit einem anderen Wortteil. Oder zum Beispiel, Donnern. Gegen etwas Donnern ist, eigentlich, man läuft gegen etwas, aber es ist wichtig für den Donner, ist das Geräusch. Vielleicht nicht das, aber... Ja, aber... Ja, also dieses Geräusch, wenn man gegen etwas schlägt. Ja. Synesthesie, mehrere Sinneswahrnehmungen gebündelt. Auch das verstärkt das Behalten. Okay, haben wir zwei Dinge, die gut sind für das Erinnern. Ja, und was machen wir denn mit den zwei anderen Sachen, Persuasion und Expression? Also Persuasion, das ist auch wieder kluggeschissen für überzeugend. Genau. Mit Bildern sprechen. Nachgewiesen ist überzeugender, als ohne Bilder zu sprechen. Das bedeutet, das wirkt natürlicher in der Muttersprache, das wirkt kompetenter, das lässt den anderen mehr zuhören, weil eben beide Zentren des Gehirns aktiviert werden. Wie gesagt, zweimal ist besser als eins, ne? Ja, und Expressionen? Also einfach mehr, noch mehr davon geben, was wir da zeigen können. Die sind expressiver, die sind dann... Es ist einfach, hört zu, wenn man sagt, naja, wenn es einmal nicht so richtig funktioniert, dann geht alles schief. Das hört sich nicht schlecht an, ist grammatisch korrekt. Nee, ich habe den einfach schon vergessen. Aber expressiver ist, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ein Ausspruch eines weisen Fußballers. Ja, ist ausdruckskräftiger. Ja, also wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Ja, also dementsprechend, diese Expression durch Bilder ist deutlich gesteigert oder ein deutlich höheres Niveau als jetzt bei blanker Sprache. Rosinenpickerei. Rosinenpickerei. Das hast du so schön genannt. So, das ist Rosinenpickerei. Wenn jemand sie nicht mag oder so, dann kann man sie aus dem Kuchen rauspicken. Na, hier, ich hätte schon fast wieder auf Köscher getippt, aber Martin hat es gesagt. Martin, das Beste auswählen, Rosinenpicken, bedeutet mit gezielt die besten Dinge herauswählen. Und das habe ich jetzt auch einfach mal so gemacht. Und wir werden euch das so vorstellen. Wir picken vier Kategorien aus. Farben. Tiere. Formen. Und Namen. Und Namen. Formen hatten wir ja schon, zum Beispiel die Birne. Man überschrägt eine Form auf die andere. Hatten wir hier noch etwas anderes? Ich schaue gerade. Formen hatten wir hier eigentlich nicht. Nicht, nicht mehr. Aber Farben hatten wir. Und die kennt ihr bestimmt auch. Die hatten wir zwei. Aber nee, zuerst Frage. Was ist eure Lieblingsfarbe? Dann können wir euch dazu ein bisschen Bilder vorstellen. Blau. Rot, gelb, blau. Das habe ich gesehen. Rot, gelb, blau, schwarz habe ich, glaube ich, auch gehört. Na, dann schauen wir doch mal. Also, Farbbilder in Farbe und Bunt. Ja. Das schaut sehr komplex aus. Das werden wir auch gar nicht in aller Ausdauer besprechen. Vielleicht nur die Hauptbedeutung, ja. Womit wir Grün assoziieren? Mit Ökologie, mit Umwelt, mit allen positiven Ökosachen. Ja, assoziiert ihr das in Polen auch damit? Eigentlich schon, ja. Grün ist immer positiv, dann so gesehen. Im Deutschen ist das nämlich auch, das seht ihr jetzt beispielsweise bei Grün, auf der rechten Seite. Grün leben. Der grüne Daumen, heißt man hat ein Talent für Pflanzen. Das habe ich nicht. Oder die grüne Lunge. Was bedeutet grüne Lunge? In Polen sagt man das für den? Ein Park, genau. Oder Wald. Oder Wald oder genau irgendwas, was naturmäßig in einem Land liegt. Das kann ein Wald sein, das kann ein Ressort sein, so etwas. Genau, gelonne Putzer. Und andererseits bedeutet grün auch unerfahren, neu. Nicht reif. In einem Verhof. Nicht reif, genau. Aus der Sprache der Biologie. Und da haben wir zum Beispiel grün hinter den Ohren sein oder ein Grünschnabel sein. Und hier ist eine Sache wichtig. Schaut euch mal bitte die Wörter um die Farbnamen herum an. Rot werden, rote Linie, schwarz arbeiten, schwarzer Humor, blau machen, blaues Blut. Das ist alles kein schwieriger Wortschatz. Das ist kein schwieriger Wortschatz. Also wir sind hier nicht in einem Bereich, der total in dem Elfenbeinturm der Sprache, um wieder ein Bild zu benutzen. Nein, das sind ganz einfache Wendungen, die man ganz schnell lernen kann und mit Hilfe von Metaphern und Sprachbildern noch schneller und besser. Und überzeugender. Das ist entscheidend. Wenn eure Schülerinnen und Schüler sagen, ja, ich lebe grün. Das sind sie doch exklusiver. Ja. Oder so etwas, ich bin letztens schwarz gefahren. Was bedeutet eigentlich schwarz fahren? Das kostet es mit Geld. Manchmal. Da sehe ich einige. Na, Gaffe. Ja. Ohne Ticket fahren. Schwarz hat zum Beispiel diese... Ohne Hörschein. Interessant. Ja, ja, wobei sehr oft wird man da gefahren, wenn man schwarz fährt. Also man fährt schwarz mit. Was schwarz bedeutet, sind also verschiedene Dinge. Zum einen illegal schwarz arbeiten. Ja. Das man sehen kann, ne? Das ist sehen sollte eigentlich. Auf dem Schwarzmarkt angeboten. Ja. Wir sprechen ja auch davon, das ist in Deutschland eine interessante Assoziation, die wir haben. Wenn man über Internet spricht, es gibt dieses Darknet. Ja. Und das ist automatisch bei uns. Dunkel ist illegal mit Illegalität verbunden. Ja. Also automatisch so etwas. Schwarz kann aber auch pessimistisch bedeuten. Schwarz malen, schwarz sehen, schwarzer Humor. Das ist so eine ganz makabre Art von... Aber eine Sache passt ja nicht. Schwarz vor Augen haben, ne? Das passt zu den zwei Sachen, die du genannt hast, eigentlich nicht. Aber... Hier wird der wirkliche Eindruck ohnmächtig sein, genommen, weil man wirklich nichts mehr sieht. Ähm... Das schwarze Schafsein, also es gibt wunderbar... Immer negativ, ja. Das ist nicht... Diese Tabelle oder diese Grafik versteht sich nicht als fertig. Auf gar keinen Fall. Ja. Ergänzen, erweitern und auch im Unterricht sowas ähnliches machen. Zum Beispiel. Definitiv. Definitiv. Man kann das sammeln lassen. Auch Wörterbücher geben da sehr viel, um Wortschatzarbeit zu machen. Das wäre auch schön, das mit dem Polnischen zu vergleichen, wie dann, wo die Unterschiede sind und dann, wie interkulturell das Ganze ist. Definitiv. Definitiv. Guter Einwand. Blau oder Rot? Was wollt ihr lieber hören? Schauen wir mal. Ich blöde hier auf Rot. Ja! Dreimal Rot, Blau und Rot. Fällig. Bisschen auf die Zeit gucken. Machen wir Rot. Rot ist im Deutschen, hat verschiedene, also hat auch hier verschiedene Bedeutungen. Rot werden kennt ihr, oder? Ja, so bin ich manchmal auch geworden. Ja, eben, genau, eben hier. Also ich schäme mich so sehr. Pessimistisch seinig. Rot werden ist sich schämen. Genau. Aber überleg doch mal. Sich schämen. Neues Wort. Enger Kontext. Reflexiv. Ja. Sehr kompliziert. Rot werden. Rot und werden. Also ein Beispiel hier aus komplett genommen. Werden ist im Komplett zwei. Erste Lektion wird werden schon hier durchflektiert. Und quasi rot werden, gelb vor Neid, werden kann man sagen. Blau werden. Ja, blau werden. Und auf einmal hat man unglaublich viel Wortschatz gemacht mit dem Wort, mit dem Verb werden. Und die Farbennamen, die macht man auch ganz früh, ganz am Anfang. Also im Komplett kommt die Lektion eins oder zwei ganz, ganz am Anfang. Ja, ganz am Anfang. Dann hat man so etwas wie rote Linie und rot sehen. Rote Linie, rot sehen. Das bedeutet... Stopp. Ja. Eine rote Linie, die darf man nicht überqueren. Ein rotes Tuch ist auch etwas, was man nicht sehen möchte. Ja. Wie ein rotes Tuch auf jemanden wirken. Man kann aber auch einfacher sprechen. Er ist ein rotes Tuch für mich. Das ist nicht unglaublich dramatisch ausgefeilt, aber es ist intensiver und expressiver als ich kann nicht gut mit ihm oder ihr. Das ist sogar zu komplizieren, was du gerade gesagt hast. Und das mit dem roten Tuch, das ist ja so einfach, dass das man auch ganz am Anfang wiederholen kann. Und das Entscheidende ist, das, was ihr hier seht, ist dann so etwas wie Niveau C1, C2, weil es dann Idiome sind. Ernsthaft. Aber so sprachlich gesehen ist das... Ja. Und sprachlich gesehen werden eure Schülerinnen und Schüler es euch danken, wenn ihr das macht, weil sie damit unglaublich ihren Wortschatz aufbauen, attraktiver machen und quasi Wörter leichter lernen können. Genau. Also das hierzu. Und dann gibt es natürlich so etwas wie Blau sein. Blau ist natürlich ein interessantes Wort, hat zwei Bedeutungen im Deutschen. Blau sein, zum einen Sportsprache, also keine Energie mehr haben. Und das zweite Blau sein, jetzt bin ich gespannt. Das klärt man eigentlich nicht in der Schule. Na, da, schau mal an. Alle haben außerhalb des Unterrichtes praktische Landeskunde durchlebt. Das nennt man interkulturelles Lernen. Genau. Aber auch hier wichtig, interessant zum Beispiel, es lohnt sich, ich weiß nicht, also auf Polnisch kann man das, glaube ich, nicht sagen, Auf Englisch, I am blue, bedeutet, ich bin traurig. Es gibt sogar einen Lens. Blue, hab ich dir, hab ich da, hab ich dir, hab ich dir, hab ich dir, hab ich dir, hab ich dir. Ja, das gab es. Und auch der Blues als Musikrichtung ist ja nicht, weil man dort dann betrunken ist, sondern ist ein so etwas so Illegisches. Und das ist ganz interessant, wo es wirklich interkulturelle und intersprachliche Unterschiede gibt. Aber das mit Farben. Also mit Verlauf. Farben sind bei komplett ganz am Anfang. Werden kommen ein bisschen später, aber auch am Anfang quasi. Da sind eure Schülerinnen und Schüler noch auf keinem C1-Niveau. Ihr könnt das trotzdem machen. Okay. Gehen wir weiter? Gehen wir zu Formen. Oh, Tatam. Da sind sie, die Formen. Und was hier seht ihr, es gibt wirklich ganz unterschiedliche Arten von Bildern. Zum Beispiel, bei dem Beispiel, ich komme zu spät aus den Federn. Man sieht sofort ein großes Bett mit Federn und ich komme da irgendwie durch. Ja, wir sehen das. Ein Computer sieht das nicht. Ein Computer versteht das nicht, aber das ist auch ein Bild. Aus den Federn kommen, sogenannte Metonymie. Ich nehme einen Teil für das Ganze. Oder wir haben auch in Komplett zum Beispiel ganz versteckte Metonymien. Ich zeige euch das hier. Ich lese das einfach vor. Ich nehme lieber eine Flasche Mineralwasser. Heißt das, dass ich diese Flasche trinken möchte oder aus der Flasche trinken möchte? Das, was da drin ist. Das Wasser. Im Kontext steht hier zum Beispiel so etwas wie... Ich nehme einen Salat, kein Dessert und zum Trinken eine Cola. Nein, keine Cola. Ich nehme lieber eine Flasche Mineralwasser und einen Orangensaft. Also ihr seht hier, da wird das einfach so hingenommen. Und das kann man natürlich nutzen, um so ein bisschen auch sprachspielerisch zu gehen. Habt ihr Durst? Dann nehmt doch eine Wanne, eine Wanne Wasser. Ja, oder einen Container. Ein Container, weiß ich nicht, Rivella. Um jetzt da dieses Beispiel über zu übernehmen. Also das heißt, implizit sind in diesen Lehrbüchern auch sehr, sehr viele metaphorische Strukturen eingebaut. Zum Beispiel seht ihr auch dieses eine... Ich mache ein paar Beispiele aus der Werbung. Ich sehe viele Fragezeichen, die werden sich gleich klären. Wir waren bei der... Ich sehe nur Fragezeichen. Ja, im Moment sehen wir nur Fragezeichen. Nur, dass ihr seht, wie die Sprache durchdrungen ist davon. Auch von Formen und von Metaphern. Man sieht hier diese eine Werbung für Rivella. Und da steht, typisch Schweizer, immer flüssig. Not so, Tosnatsche. Nien, nien, nien. Typisch, kein schwieriges Wort. Schweizer, also Schweizer, Bewohner der Schweizer auch. Immer ist einfach. Und flüssig ist auch eigentlich gar nicht so schwierig. Doch, flüssig schon. Da muss man schon ein bisschen klären, was flüssig ist. Ja, genau. Aber was? Weil sie immer Geld haben. Ah, stimmt. Also ihr seht, ihr könnt auch euren Schülerinnen und Schülern schon relativ früh... Das sind vier einfache Wörter. Das Gefühl geben, dass sie Dinge verstehen. Dass sie ermächtigt sind, Dinge zu verstehen, Werbungen zu verstehen. Ja, wenn man weiß, was da so eine Metapher ist. Also die Konzeptmetapher, Geld ist flüssig. Und der Witz ist natürlich, es ist ein Schweizer Getränk. Und was haben die Schweizer? Die haben Geld. Ja, kann man nach von der anderen Seite das erklären. Und du als interkulturelle Germanistin sagst natürlich auch, ja, logisch, und Schweizer sind reich. Und damit hat man schon wieder ein gewisses Klischee. Ja, genau. Ja. Und das linke Bild hat es in sich. Welches? Das obere oder das untere? Ja. Bin ich gespannt, was Martin... Das untere. Ja. Willst du mit mir hobeln, tackern, nageln, rohrverlegen, pökeln, bügeln? Hm. Ein typisches Formular, auch hier interkulturelles Lernen. Wir haben den Ausdruck, willst du mit mir gehen? Für, willst du mit mir zusammen sein? Und hier auch zum Ankreuzen, das ist das, was man sich so in der Schule gibt. Aber das sind alles Begriffe aus dem Handwerk. Hobeln, tackern, nageln. Die haben aber auch zwei Bedeutungen. Eine handwerkliche und eine... Nicht handwerkliche. Ja doch, also handwerklich ist es auch. Nicht abkommen. Ja, der schönsten Sache der Welt, um es ganz metaphorisch zu sagen, ja, neben den Deutschen. Eine partnerschaftliche, genau. Ja, schön, ja. Und es geht da um Handwerk, es ist eine Handwerkswerbung, ja. Kann man aber auch ein bisschen, ja, was soll ich sagen, schickelnden Unterricht machen, ja. Du hast nur dieses Lied, willst du mit mir Drogen nehmen, ne? Ja, das war das auch. Das gibt's auch, ja. Pass auch dazu. Willst du mit mir, ist auch so ein Formular, das kann man auch wirklich lernen. Links oben, was haben wir da? Ach Gott, das ist das, was ich nicht verstanden habe, was du mir gezeigt hast. Links oben, ja. Ich wusste gar nicht, was es ist. Eine Form. Ja, aber jetzt weiß ich das. Und eine Eigenschaft. Es ist eine Nuss. Es ist eine Nuss. Und als ich das verstanden habe, habe ich es so gemacht. Und das bedeutet das gerade, ne? Habe ich das richtig verstanden? Au! Das bedeutet das? Die dumme Nuss. Nee, Kopfnuss. Ja. Das ist ein Kopf und eine Nuss zusammen. Also man überträgt die Form. Oder ein altes Gesicht. Ja, das könnte auch sein. Das habe ich mir auch gedacht. Aber das war nicht das. Ja. Manchmal ist es schwer, danach zu suchen. Aber ihr seht, also Kopfnuss, auch das kann man klassischerweise Härte, Form, eins schlägt auf das andere, kann man auch nutzen. Breems, gutes, altes Tierleben. Das Deutsche ist reich an Bildtiermetaphern. Und zwar, in unserem Beispiel haben wir zum Beispiel den Drahtesel oder die süße Maus. Was bedeutet süße Maus? Das soll es so sein. Ein nettes Mädel. Ja, feiner Lasker. Habe ich doch gesagt. Genau. Also süße Maus ist Übertragung der Kleinheit der Maus auf eine weibliche Person. So würde ich mal sagen. Aber die Mäuse gar nicht so süß sind, ehrlich gesagt. Ja. Wenn man so ein bisschen länger darüber nachdenkt. Also was sind diese Tiermetaphern? Ich kann euch in dem Arbeitsblatt, das ihr jetzt schon mal runterladen konntet, beziehungsweise das ihr am Ende des Webinars runterladen könnt, findet sich ein Link zu einer Doktorarbeit, in der sämtliche Tiermetaphern des Deutschen, sämtlich in Anführungsstrichen, aufgezeichnet sind. Das sind 36 Seiten mit 1.347 Einträgen. Wahnsinn. Also eine Menge. Wahnsinn, ja. Wie funktioniert so eine Metapher? Man überträgt eine zugeschriebene Eigenschaft aus dem Tierreich auf menschliches Verhalten oder die Umgebung. Oder auf die Dinge manchmal ja auch. Genau. Ein Schwein wird in fast allen Kulturen als unrein gesehen und diese Unreinheit überträgt man auf eine Person. Eine Person, die ein unreines Verhalten zeigt, ist ein Schwein. Aber er sagt auch, Schwein im Leben haben. Weil das Schwein auch ein Glückssymbol ist. Aber man würde niemals zu jemandem sagen, du bist aber ein Schwein, hast immer Glück. Ach du Schwein. Das eher nicht. Aber in der Sinsicht Schweinerei, etwas, was nicht ganz ordentlich ist. Überträgt man aufs Wirtschaftsleben, weil sich die Fusion von dem und dem Unternehmen ist eine Schweinerei, die war nicht ganz egal. Ja, Pechvogel, wir haben da auch andere Tiere. Und ihr merkt es, Pechvogel, wunderschön, um sich das zu merken. Pechvogel, viel besser als jemand, der kein Glück hat. Wunderbare Bilder, die man im Unterricht voll nutzen kann. Beispiele im Internet gefunden. Angsthase. Angsthase. Dann auch andere Hundewetter. Ein tolles Bild. Blöde Kuh. Ja. Und was seht ihr unten links? Was macht denn die Vito? Das sind Würstchen. Bin ich gespannt. Bären Hunger. Oh, Bären Hunger. Hotdog, auch nicht schlecht. Bären Hunger. Blinder Kuh. Er will etwas essen, er bekommt es aber nicht. Es ist ein Dackelblick. Ja. Oder ein Hundeblick. Er schaut da drauf und denkt sich... Eine Zicke. Zircubase. Ja. Und er bekommt sie nicht. Ja. Der Arme. Also zum Beispiel Dackelblick. Ja. Nee, er kann sich da nicht... Er darf nicht. Er hat so hohes Cholester. Er darf sich nicht entscheiden. Er hätte sich schon entschieden. Und zwar für mindestens alle. Ja. Aber das ist zum Beispiel der sogenannte Dackelblick. Ja. Aber ihr seht, da wird etwas... Ein Schluckspecht. Wunderbare Bilder. Gut, Schluckspecht vielleicht nicht für den Unterricht mit der 8. Klasse. Vielleicht auch nicht Schnapsdrossel oder so etwas. Aber es gibt durchaus andere. Etwas schnell nach... Ja, du bist heute der bunte Hund und ich bin die fleißige Biene. Fleißige Biene, bunter Hund. Man kann Hummeln im Hintern haben, statt sehr... Ja. Wurde mir in meiner Schule gesagt. Ich weiß gar nicht, woher. Ja. Ich auch nicht. Ich verstehe das gar nicht. Bis heute. Und ein Katzensprung. Genau, das sind tolle Bilder, die bleiben haften. Letztens noch eine Besonderheit im Deutschen. Wenn ich den Horst hier sehe. Deutsche übernehmen Namen zur Beleidigung. Otto, auch in dem Beispiel, Otto in der Jugendsprache, ein anderes Wort für Idiot. Ja. Kevin. Kevin. Idiot. Aber ehrlich gesagt, in Polen haben wir das auch. Wirklich? Ja. Wir haben Brian und Jessica. Hoffentlich ist hier keine Jessica und kein... Janusz. Janusz habe ich gerade gesagt. An alle Januszowi hier draußen im Netz. Regina, Mariola, Jolanta. Ah, schaut an. Dann ist es genauso. Ja, schon. Ja, der war auch so. Es gibt es auch im Englischen mit zum Beispiel Dick. Sowieso ein ziemlich seltsamer Name. Amanda kenne ich nicht. Amanda ist ja neu, ich glaube. Kowalski, gutes Beispiel. Es gibt die Marianne, die französische, den deutschen Michel, der polnische Kowalski als Stereotyp. Es gibt aber auch solche Dinge wie Miesepeda, Duheini oder Hinz und Kunz. Kennt ihr die Bezeichnung Hinz und Kunz? Spannend. Nein, das ist eine... Nein, nein, nein. Jedermann. Genau. Hinz und Kunz ist eine Formel aus dem Mittelalter von Heinrich und Konrad. Das sind die Kurzformen. Und im Mittelalter gab es halt Könige Heinrich und Konrad aus der Staufer-Dynastie. Und so hießen dann viele. Und das ist negativ für jeder. Also, das... Das kann jeder machen. Das kann hin zum Kunz sein. Sich zum Willi machen bedeutet, sich zum Deppen machen. Nichts anderes. Und der Horst? Naja. Der Horst likes to ride his bicycle. Bicycle. Also, ja, Horst ist auch ein Name, den man vielleicht seinen Kindern nicht geben sollte. Uh. Ja. Auch ein Witz. Achtung, jetzt hier kommt ein Bilderwitz. Der Adler fliegt zu seinem Horst. Versteht ihr das? Der Adler fliegt zu seinem Horst. Mhm. Das ist so ein Bild für... Horst ist der Adler, Horst ist der Ort, an dem das Nest des Adlers. Ja. Ist aber auch ein Bild für Homosexualität. Also, wenn man so etwas sagt wie, ah, der Adler fliegt zu seinem Horst, dann bedeutet das, der Mann sucht seine männlichen Partner. Ja? Und dann muss man den Horst hier sich anschauen. Schaut euch lieber den Horst an, als Horst Seehofer. Ja? Ja. Der ist ein Heini. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Du Heini. Der ist ein Otto. Reiner Zufall. Reiner Zufall, ja. Aber da kommt man auch leicht in Wortspiele, die man auch wirklich durchaus nutzen kann. Und es ist auch wichtig, so etwas zu machen. Ich glaube, das ist für den Unterricht immer eine Auflockerung. Ja? Alpha Kevin, habt ihr uns schon gesagt, könnt ihr gerne lesen. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Das ist der Allerdummste von den dummsten Kevins. Das ist der Alpha. Okay. Sprachbieder ist im Fachunterricht. Kein Sprachunterricht, aber im Fachunterricht. Fachunterricht ist im Thema Metapher. Also das alles, was ihr hier seht, das sind die Sachen, die wir auch im Unterricht brauchen, um das irgendwie motivierter für die Kinder zu machen, für die Schüler zu machen. Also Visualisierung, das ist leider so die digitale Gesellschaft, digitale Jugend. Und sie arbeiten und merken sich vor allem die Sachen nur, wenn die als Bild da gezeigt werden. Kreativ sind sie schon. Deswegen brauchen sie auch Sachen, wo sie ihre Kreativität entwickeln können und womit wir auch ihre Kreativität unterstützen können. Wir zeigen euch auch ein paar Möglichkeiten, wie man das machen kann später. Ja, Spaß auf jeden Fall. Also wir hier hatten Spaß. Natürlichkeit, das ist ja doch die Sprache, so spricht man. Das ist keine christliche Sprache, keine Lehrwerksprache. Das ist die gesprochene Sprache. Das ist das, was wir benutzen und womit wir uns auch kommunizieren und entsprechen. Dann Expression, das haben wir auch schon geklärt. Das hast du auch an einem schönen Beispiel gezeigt, wie explosiv das sein kann und wie viel Kraft diese Aussage dann hat, wenn wir andere Wörter benutzen, als das, was so langweilig dann ist. Und was habe ich noch vergessen? Memorabilität, zusammengefasst, Bilder werden doppelt gespeichert. Jemand, der rot wird, merkt sich das eher als das Wort sich schämen. Weil dann sitzt er oder sie, also Schülerinnen und Schüler, vor den Vokaden, seien es jetzt bei Pons die Fischke oder sei es etwas anderes, oder sich schämen. Sich schämen, sich schämen. Was bedeutet das? Sich schämen. Und dann rot werden, dann sehe ich das sofort. Rot werden sieht man. Also dementsprechend, da gibt es wirklich einiges. Jetzt haben wir noch viel über so Bilder gesprochen, nichts Konkretes. Kann man das im Lehrplan? Ist das eigentlich im Lehrplan verankert? Ja. Und warum? Wo haben wir das? Also warum müssen wir, warum sollen wir das auch im Unterricht machen? Naja, Erweiterung der sprachlichen Mittel, also alles das, was wir dann vermitteln wollen, Wortschatz lernen und unterrichten, das ist ja das. Dann, das ist ja auch für die Grammatik wichtig, weil wir da gewisse Strukturen haben. Und es ist immer besser, wenn wir uns so eine Struktur merken und nicht jetzt erklären, dass man so und so vergleichen kann, Vergleiche machen kann. Oder dass man so das Verb werden benutzen sollte. An Beispielen ist ja viel besser, als so eine Tabelle, sich auswendig so lernen. Das ist ja viel besser. Definitiv. Schon mit einer Struktur einfach benutzen, kommunikativ benutzen und dann merken sich die Schüler das bestimmt besser. Dann Lerninhalte, das haben wir da, das haben wir auch in unserem Curriculum. Das sind Bilder, sprachliche Bilder, sind in jedem Bereich, bei jedem Thema finden wir was. Ja, also wenn wir Kleider, Kleider machen Leute und da haben wir schon Bilder. Auch hier. Wir fangen gleich mit dem Bild an. Ja, hier, guck mal. Zum Beispiel. Das ist so ein Bild. Ja, auch ein ganz am Anfang Einstieg, Landeskunde. Und darüber kann man jetzt zum Beispiel auch einfach auch auf Polnisch sprechen. Also das ist erstmal nicht verboten, das ist ja Intro 1, das heißt wir haben hier wirklich A1 Anfänger. Das ist wirklich die allererste Seite hier im Komplex. Aber da kann man darüber sprechen, dann kann man sagen, oh, das sieht ja aus wie ein Puzzle. Und dann kann man sagen, ah ja, Puzzle sagt man auch auf Deutsch. Touching, Erfolgserlebnis, Sie haben was gelernt. Ja, und dann später kann man dieses Bild als ein Sprechanlass zum Verkehr zum Beispiel nutzen. Ja, Eva sagt auch sprachliche Bilder als gute Medien im Fremdsprachenunterricht. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ein Impuls, was könnte das sein? Mit einem Wort der Woche anfangen. Ja, mit einem Bild der Woche zum Beispiel. Zum Beispiel Schmutzfink oder Sparfuchs. Alles Tiere und die kann man sogar im Internet finden, wenn man das googelt. Und mit dem Bild anfangen, was könnte das sein? Was zeichnet das aus? Sprecht ein bisschen darüber. Dann zeigen wir euch gleich eigentlich auch eine Übung, wo man dann diese Tiere-Metapher auch sehr schön verbinden kann. Dann die letzte Sache noch, dass man die Unterschiede und Gemeinsamkeit, das ist das, was ich schon früher erwähnt habe, zwischen der Mutesprache und der Fremdsprache zeigen kann. Das ist ja sehr schön, um das zu zeigen. Und das haben wir auch in unserem Kodi-Kodum. Also alles, was wir dann jetzt im Unterricht machen, haben wir hier mit den Mittagern. Und eine wichtige Sache noch einmal zu den Sprachniveaus. Diesen Wortschatz, und ihr habt gesehen, der ist nicht wirklich schwierig. Dieser Wortschatz steht auf Niveaustufe C1, C2. Das bedeutet, wieder ein sprachliches Bild, die reinen Kenntnisse, was Wortschatz angeht, eurer Schüler und Schülerinnen, gehen durch die Decke, weil sie rot werden, sagen. Und wenn die irgendwo sind und wenn ihr einen Austausch macht, wenn die mit Deutschen zu tun haben und die sagen, ja, ich bin rot geworden, statt, ja, ich, wie heißt das, schämen. Ist das die Schämte? Ja, aber das ist ja zu kompliziert. Mit Perfekt-Norgen, wie macht man das? Und hier habe ich so eine einfache Struktur benutzt. Und schon habe ich diesen Erfolg, Erfolgserlebnis, da bin ich motivierter, ich kann weiter lernen. Und zu der Jugendsprache kommen wir auch noch gleich, was Eva gesagt hat, nämlich, das hat auch definitiv etwas zu tun. Ja, und das ist das, was du gerade gesagt hast, Anfänger, das sind die einfachen Metapher. Wir müssen hier nicht so viel an Strukturen erklären, die benutzt man einfach. Sie zeigen die Bildhaftigkeit der Sprache. Und das ist ja auch sehr positiv, weil die werden auch positiv wahrgenommen. Wenn wir so eine Metapher sehen, wir denken ja uns nicht, so kompliziert ist diese Sprache. Deutsch ist so unsexy. Das ist ja ganz im Gegenteil. Das zeigt, dass die Sprache sehr positiv auch wahrgenommen werden kann. Und für Fortgeschrittene, wenn wir so Schüler haben, die wirklich schon was gelernt haben und jetzt sind sie schon fortgeschritten, da können wir Wortschatz erweitern, noch schwierige Strukturen benutzen, noch weiter um diese Metaphern arbeiten. Und auch dieses Interkulturelle aufmerksam machen. Und das ist auch sehr wichtig, wenn wir die Schüler auf Prüfungen vorbereiten oder auf Zertifikate vorbereiten. Definitiv. Weil mit diesem Wissen, mit diesem Sprachwissen bei einer Prüfung, sehen sie viel besser aus. Vor allem in den mündlichen Prüfungsteilen kann ich auch immer sagen, als Prüfer, wenn die Studis so etwas wie... Da habe ich das blitzschnell verstanden. Ja, blitzschnell benutzen, dann ist es besser als sehr schnell, sehr groß, sehr nett. Das ist wirklich etwas... Vielleicht mit dieser Wendung hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, lieber nicht. Aber blitzschnell... Bei mir würden sie punkten. Bei mir würden sie punkten. Bei dir, bei dir, bei dir kann man auch schwarz waren. Aber nicht schwarz sehen. Nee. Okay. Oder blau werden. Kommen wir ein bisschen zu Beispielen aus komplett... Das sind die Tiere. Ich habe es davon schon früher gesagt. Also Tiere, hier kann man ein schönes Assoziationsspielen mit Tieren machen. Wie er ist so fleißig wie eine Biene. Oder... Ja, er sammelt wie ein Hamster. Ja, oder ist so langsam wie eine Schildkröte. Genau. Und hier seht ihr, man verbindet Adjektive mit kulturellem Wissen und dem Wortschatz für Tiernamen. Und kalt wie ein Fisch. Und vielleicht ergibt sich dann auch... Es kommt immer auf das krasse Klima an, aber vielleicht sagt jemand auch, oh, er ist schnell wie ein Vogel. Oder wie ein Kanarienvogel. Und dann kann man fragen, okay, was soll das bedeuten? Und dann kann man auch darüber sprechen. Also man schafft Sprachanwisse. Oder er ist tot wie ein Meerschweinchen. Also mein Meerschweinchen war nach zwei Wochen tot. Das ist eine persönliche Assoziation. Ich hätte Trow of the Water gesagt. Ja, und Pechvogel. Trow wie ein Hund. Das sind keine schwierigen Wörter, aber das kann man gut verbinden. Also ich habe mir zum Beispiel auch, was ich mir sofort gemerkt habe, Gordne Jackwilk. Da merkt man sich. Ja, also das ist etwas, wo ich sage, da könnte man wirklich auch schön schon zu arbeiten. Ja. Und dann weiter unsere Alugurke. Genau. Eva hat geschrieben, dass Metachern häufig mit Jugendsprache verbunden sind. Ich glaube, für mich ist das wirklich auch eine Stärke vom Komplett. Wir haben da viele Jugendwörter. Vor allem bei den Comics. Genau. Und da haben wir dann hier zum Beispiel die Alugurke. Oder ich schaue nochmal nach einem anderen Beispiel. Hier haben wir so etwas, das... Ach, das. Da kommt noch ein bisschen weiter vor. Da kommt dann so etwas wie... Er sieht aus wie eine Mumie. Ja. Ja. Das ist auch ein bildhafter Vergleich, was man nutzen kann. Oder hier auch eine schöne Geschichte. Da geht es um das Pudelskern. Das finde ich witzig. Da läuft ein Pudel weg. Und dann passt Luca quasi einem Menschen mit so einem Afro, der aussieht wie ein Pudel. Und das sind schöne Dinge. Darüber kann man sprechen. Und da kann man über Frisuren sprechen. Und auf einmal ist man dann bei lustigen, bei interessanten Wortschatz. Dann ist man dabei, warum es das Pornier ist, auf dem man reitet und der Pornier, den man hier hat. Ja. Und schon macht man wieder Grammatik. Und was ich auch wichtig finde, das zeigt, dass man die Strukturen auch in anderer Sprache finden kann. Also das gibt ja ein bisschen Mut, die einfach zu benutzen. Weil manchmal denke ich mir, oh, ich bin mir nicht sicher, ob es so einen Vergleich auch in der anderen Sprache gibt. Im Polischen gibt es sowas. Aber ob es sowas auch im Deutschen gibt? Aber das ist das Interessante. Es gibt schiefe Bilder. Aber hierzu ein Beispiel. Hertha Müller, also die letzte deutschsprachige Nobelpreisträgerin. Letzte deutschsprachige? Ja, glaube ich. Hertha Müller hat den Nobelpreis für den Roman Atemschaukel bekommen. Die ist ja Rumäniendeutsche. Und da benutzt sie, also wenn ihr das mal gelesen habt, das ist ein sehr interessantes Buch, unglaublich viele Metaphern, die nicht lexikalisiert sind im Deutschen. Also wenn man etwas falsch sagt, dann ist es grammatisch falsch. Aber eine Metapher kann nicht falsch sein, sondern sie führt dann dazu, dass man weiterdenkt, dass man mitdenken muss. Ja, also hier sieht man wirklich, dass man viel machen kann. Und es gibt keine falschen. Ja, und das ist das, was ihr schon früher gesehen habt, Kreativität. Warte, man hört uns gerade nicht. Oh, und jetzt? Wir haben so viele Sachen gesagt, die wichtig waren. Und auch ganz kluge Sachen. Noch nur Standbild. Oh nein. Okay. Ich habe keine Probleme. Okay. Das ist ja gut. Also, also hier noch einmal gesagt, es gibt schiefe Bilder, aber es gibt keine falschen Bilder. Und das ist schon mal ein großer Unterschied. Und dann kann man darüber sprechen. Okay. Berliner Luft. Berliner Luft. Was ist das denn? Eine Speise, eine cremige, eine schaumige Speise, wie die Luft in Berlin, wenn sie vollgesmacht ist. Ja, das wollte ich gerade fragen, ob sie so schlecht ist wie in Warschau zum Beispiel. Nein, dahinter steht, es riecht so süß. Ach. Ja, die Luft riecht süß. So gesmogt ist. Ja, also auch ein Beispiel aus komplett. Und da kann man zum Beispiel Sprachbilder, auch das ist immer eine Fähigkeit, die ich wichtig finde, analysieren. Warum heißt das Luft? Und dann kann man fragen, wie kann denn Luft sein? Ja, und hier, die Interpretation kann auch unterschiedlich sein. Man kann das auch nicht schlecht interpretieren. Das geht eigentlich nicht. Genau. Und da hat man schon etwas. Man kann auch selbst eigene kulinarische Bilder schaffen. Also so etwas. So leicht. Genau. Hier wunderbar. Ach, guck mal, jetzt funktioniert schon wieder nichts. Na, schauen wir mal. Na ja. Okay. Dann ein Beispiel auch aus komplett etwas weiter hinten. Da geht es um, der Satz oder die Aufgabe lautet, beschreibe die Fotos, verwende die Verben liegen, sitzen, stehen und hängen. Und da geht es natürlich darum, Akkusativ, Dativ. Ja, ja. So das Langweilige irgendwie, können wir auch sagen. Aber. Die kann man auch aufpeppen. Ja. In der Hinsicht, dass man sagt, okay, was seht ihr da für Bilder? Also im Sinne von, wie liegt denn da der Hund? Der Hund liegt da wie, und jetzt kann man irgendein Bild machen. Wie eine Wurst. Wie eine Wurst. Ja. Ja. So haben wir unsere Hunde genannt, immer wie ein Büsschen, ja. Genau. Kann man Gedankenkarten machen, da kann man einiges machen. Ja. Also ihr seht, Möglichkeiten. Auch mit einer einfachen Übung kann man sehr schön die Metapher da auch in den Unterricht bringen. Ja. Ja. Und man kann wunderbar über die Alugurke dann sprechen, man kann sagen, wie könnten wir das noch nennen. Und schon schafft man aktiv. Und das sind ja auch lustige Wörter, die werden auch besser im Gedächtnis bleiben, wenn wir die so zeigen. Definitiv. Andere Anwendungsbeispiele. Das habe nicht ich gemalt. Das wollte ich vorhin sagen, du Urheber. 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 Rechte hast. Ja. Eine Studentin von mir hat das gezeichnet. Und zwar ging es darum, lachen wie ein Honigkuchenpferd. Das ist im Deutschen ein feststehender Ausdruck. Und dann habe ich sie gebeten, zeichnet mir dieses Honigkuchenpferd. Und dann hat mir die Studentin ein wunderbar schönes, jetzt noch immer in meinem Büro hängendes Honigkuchenpferd mit einem Lachen gemalt. Ja, ein schönes Pferd. Und die Studentin grinst bzw. lacht immer wie ein Honigkuchenpferd, wenn sie mich sieht und sagt, ja, ich lache wie ein Honigkuchenpferd. Also die hat sich das gemerkt. Und zwar so ziemlich für alle Ewigkeit. Ihr wisst es ja auch. Hören, lesen sind Fähigkeiten, da bleibt etwas hängen, aber nicht zu viel. Selbst machen bedeutet behalten. Auf jeden Fall. Ein kleines Spiel für euch. Versteht ihr diese Bildmetapher, die wir hier für euch vorbereitet haben? Was sind das für Redewendungen, jummertische Wendungen? Was ist das alles? Erkennt ihr das? Hals und Beinbruch. Super. Ah, Kopp verlieren könnte auch sein. Ja, und Bein auch. Müsst ihr so ein bisschen auf die Ohr gucken? Nee, durchfall eher nicht. Klugscheißer oder jemand, der ist ganz genau... Klugscheißer. Der schaut mir gar nicht ähnlich, hat keine Brille. Ähm, ähm, äh, Korinthenkacker. Ja. Also jemand, der ganz gerne... Oder draufscheißen, ja? Draufscheißen. Ich meine gut, ob ihr das euren Schülern und Schülerinnen beibringen wollt. Lieber nicht draufscheißen, ne? Maschersbrava, aber, ähm... Sportkanone. Oh, ach, das ist unten. Ja. Oder der, der, der vorbeischießt am Tor. Das ist die arme... Was ist das überhaupt auf dem Bild, dieses Ding? Das ist eine arme... Eine Flasche. Ja, du Flasche. Und da oben, dieses Mädchen... Wesen? Wesen. Mädchenwesen. Was ist denn, Mädchen? Das ist ein Mädchen. Komm. Bisschen größer, aber schon. Egal. Egal, Mädchen, egal. Nee, Angst haben. Nee, Buchhalter. Buchhalter. Ja, interessant. Das ist ein... Sag's mal. Äh, sieben Siegel. Ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, Bücherwurm. Wuh, da drin. Sehr schön zum Thema Bücherwurm. Auf dem Arbeitsblatt findet ihr von uns auch zwei Übungen vorbereitet. Und zwar eine Übung, die sich um das Thema Farben einsetzen, also schwarz fahren oder rot fahren. Und die zweite Übung ist so eine Bild-Bedeutung-Zuordnung. Und da kommt zum Beispiel auch der Bücherwurm vor. Und da sieht man ein Bild eines Bücherwurms, das Wort Bücherwurm und was Bücherwurm denn bedeutet. Und das kann man dann verbinden. Okay, schön. Super gemacht. Oh, noch ein paar Spiele. Spiele im Unterricht. Im Arbeitsblatt findet ihr so ein Farbrodeo zur Anwendung der Farbterminologie. So etwas wie eben, sei nicht dumm, kauft ihr ein Ticket und fahr nicht. Und dann kann man einsetzen, rot, blau, schwarz. Und dann müssen halt die Schüler auswählen, was das Wichtige ist. Und was ich persönlich super einfach ist eigentlich, was man super nutzen kann am Ende einer Einheit. Dieses Wie-Spiel meinst du jetzt? Ja, um den Wortschatz zu vertiefen. Egal was. Es gibt bei komplett Möbel oder Zimmer oder Essen. Und da kann man sagen, ja, die Cola schmeckt ja wie. Und dann kann man sagen, mh, Wasser. Ja, wie Wasser, sie ist überhaupt nicht süß. Nee. Und so, finde ich, bringt man auch seine Schülerinnen und Schüler so ein bisschen dazu, einfach sich zu trauen, kreativ mit Sprache umzugehen. Sprache, nicht als etwas zu sehen, was fest ist, wo man einen Idioten lernt. Und fertig. Und fertig. Sondern man kann dann sagen, oh, weiß ich nicht, ich habe mir das überlegt in meiner grenzenlosen Kreativität. Der Tisch sieht ja aus wie ein Elefant, weil er grau ist und vier dicke Beine hat. Eine sehr schöne Metapher. Ja, genau genommen ein Vergleich, aber ich bin heute nicht pfäblicher als der Papst und nicht blutscheißerischer als Blutscheißer. Was weiß ich. Ja, und das kann man gut, das kann man wunderbar nutzen, um im Endeffekt Wortschatz zu vertiefen, Vokabular noch einmal einzuüben und eben auch zum Beispiel grammatische Strukturen. Ja, das wollte ich gerade sagen, dass man die Strukturen auf eine lebendige Art und Weise benutzen kann. Und so kann man sich die besser merken und man muss das auch nicht so lange erklären. Die benutzen das einfach und sie spielen mit der Sprache, sie handeln mit der Sprache. Und gemacht ist ja besser als gesehen und gelesen. Und am Ende steht, das sagt der Lehrplan, das sagen viele, am Ende steht die kommunikative Fertigkeit im Deutsch oder in einer fremden Sprache. Auf jeden Fall. Und das ist kommunikativ im Gegensatz zu, ah, ich weiß, wenn ich das polnische Wort stu höre, dann ist das der Tisch. Der Tisch. Ja? Ja. Gut, wir sind schon fast fertig, oder? Wir sind fertig, meine lieben Damen und Herren. Wir danken euch. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht die Nase voll von uns. Nee, hoffentlich nicht. Ladeflugsteilung. Du Korinthenkackerin. Echt? Ich sehe schon, viele bedanken sich, das ist super nett von euch. Ich merke ja, tummeln im Hintern, es geht ums Abendessen. Ja, ist schon ein bisschen spät geworden, 19 Uhr. Aber guck mal, wie gut wir mit der Zeit heute sind. Wir sind gut in der Zeit. Wow. Drei Dinge noch, die Präsentation und das Arbeitsblatt findet ihr auch im Anschluss an das Webinar. Wie immer. Wie immer zum Herunterladen, zum Nutzen. Fühlt euch frei, das zu nutzen. Schreibt uns Wünsche und Fragen zu den Seminaren. Wartet nicht bis zum Mai. In die Umfrage, dann können wir nämlich das auch vorbereiten. Und wie gesagt, 750 Anmeldungen bedeutet Challenge. Ja, und eine Überraschung für euch. Und dann als nächstes Webinar am 20. März. Da bin ich alleine. Na, je wo? Um 18 Uhr. Aber das ist nicht dieses Thema, oder? Was du möchtest. Ach gut, dann nehmen wir das andere Thema. Dann sag, was wir machen. Was war das andere Thema? Deutsch so leicht. Deutsch so leicht wie nie. Nee, zuvor. Also, ich zeige euch, ich erzähle euch, wie man ganz einfach, ganz leicht einen Deutschunterricht vorbereiten kann. Das ist herrlich. Und wir machen vielleicht auch einen Musterunterricht oder so etwas. Ich werde... Ein super Beispiel. Leichten Beispiel. Ich werde da... Jetzt darf ich auch was Persönliches sagen. Du hast was über deinen Hamster gesagt. Über dein Meerschweinchen. Meerschweinchen. Ja, ich werde da Vater werden. Dementsprechend, also irgendwo in diesem Zeitraum. Dementsprechend werde ich woanders sein. In Gedanken bin ich aber natürlich bei euch. Jetzt hast du die A an deiner Seite. Ich kann jetzt schon nach Hause gehen. Bin ich natürlich bei euch. Und wünsche euch alles Gute. Kommt schön in den Frühling. Und im April sehen wir uns wieder. Und hoffentlich... Und sprechen zu diesem Thema. Zu Deutsch Update. Da wird es um Modernes in Deutschland gehen. Da wird es um das Neue. Deutsch 4.0. Deutsch mit Apps. Deutsch mit allen möglichen Medien. Deutsch mit Vlogs und Webinaren. Webinaren und was auch immer. Und allen anderen Sachen. Damit entlasten wir euch. Vielleicht, wenn wir es euch jetzt genug angeheizt, entlasten wir euch in einem schönen Abend. Und küssen euch. Fühlt euch gedrückt. Und ciao. Macht es gut. Oh, sag gleich.